Herzlich willkommen zum Thema Navigation in unserer Veranstaltung Gestaltung von Nutzungsschnittstellen. Wir sind im dritten Block. Wir haben die Präsentation hinter uns gelassen, wie die Objekte aussehen und angeordnet sind. Wir haben die Interaktion hinter uns gelassen, wo wir uns mit Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe beschäftigt haben und sind nun in dem Bereich, in dem wir anerkennen müssen, dass aufgrund der großen Masse wir nicht alles auf einmal auf einem Bildschirm darstellen können. Zumindest nicht, wenn wir auch noch Übersichtlichkeit, Erkennbarkeit und all diese Dinge gewährleisten wollen. Also müssen wir Übergänge schaffen zwischen verschiedenen Objektarrangements. Und dafür haben wir beim letzten Mal drei Forderungen aufgestellt, die jetzt gleich wieder eine Rolle spielen wollen. Und das in diesem Video und auch in den nächsten Videos, vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt der Navigation. Wie navigieren wir durch eine große Menge an Inhalten, Funktionen, Daten und so weiter. Und wir schauen nochmal hier gerade kurz auf die drei Forderungen, die wir haben. Die Erschließbarkeit, die interne Konsistenz und die Kontinuität. Diese drei haben wir jetzt die ganze Zeit im Hinterkopf, wenn wir uns um Navigationstechniken kümmern. Denn bei Navigationstechniken geht es ja vor allem um die Erschließbarkeit. Es geht bei Navigation immer darum, wie kriege ich es hin, dass dieses Viele, was da ist, zugreifbar wird, obwohl ich es nicht alles gleichzeitig darstellen kann. Und das ist genau Erschließbarkeit. Und das muss natürlich auf konsistente Art und Weise passieren innerhalb der Anwendung. Und Kontinuität ist auch immer zu gewährleisten. Also ein plötzlicher Wechsel ist nicht angesagt, dass wir auf einmal den kompletten räumlichen Kontext verlieren. Das ist dann dieser Effekt, dass wir auf einmal wo sind und nicht wissen, wie wir da eigentlich hingekommen sind. Das gilt es ja zu vermeiden. Das Problem, was hier dahinter steht, ist also, um das nochmal klar zu machen, einfach die große Masse. Wir haben in den allerseltensten Fällen solche Systeme, wie da zu sehen sind, also solche Systeme, wo alles auf einem Bildschirm zu sehen ist. Sondern meistens müssen wir uns mit irgendwelchen Zusatztechniken behelfen, um das alles zugreifbar zu machen. Wenn wir so ein einfaches System haben wie da, wo man alle Elemente auf einem Bildschirm zeigen kann, dann haben wir natürlich mit der Erschließbarkeit gar keine Probleme. Denn wenn wir Erschließbarkeit ins Extrem treiben, dann ist es quasi Vollständigkeit. Und Vollständigkeit, wenn wir das erreichen können, ist es natürlich toll. Dann brauchen wir auch keine Navigationstechnik. Aber das steht dann natürlich anderen Konflikten entgegen. Zum Beispiel der Übersichtlichkeit. Wir können nicht gleichzeitig übersichtlich gestalten, aber alles auf eine Bildschirmseite packen. Das geht in den wenigsten Fällen, weil wir eben viele Funktionen, viele Inhalte, viele Daten haben, die wir anzeigen müssen. Und dann müssen wir uns was einfallen lassen. Wir wollen das gleich einmal absetzen von zwei anderen Techniken, die häufig im Zusammenhang mit Navigation auch genannt werden. Nämlich das Suchen und das Stöbern. Aber zunächst habe ich noch eine andere Einschränkung. Denn wenn wir über Navigationstechniken sprechen oder wenn man mal so nach Navigationstechniken sucht, dann findet man relativ viel aus dem Bereich World Wide Web. Und gerade in dem Bereich gibt es eine starke Vermischung zwischen Navigationstechniken, die eigentlich grafische Nutzungsschnittstelle sind und den Navigationstechniken, die direkt in den Inhalt eingebunden sind. Ja, natürlich, wenn ihr so eine Website habt und habt in der Website einen Link zum Beispiel zu einer anderen Website, dann ist das natürlich auch eine Möglichkeit des Navigierens von einem zum anderen. Aber es ist eingebettet in den Inhalt. Eigentlich ist das natürlich auch Nutzungsschnittstelle. Aber über diese Art von Navigation wollen wir an dieser Stelle nicht sprechen. Sondern uns geht es um eine Navigation, die eine extra explizite Nutzungsschnittstelle darstellt. Da hilft diese Unterscheidung, die ihr hier seht, nämlich dieser Begriff des Chrome. Chrome, wenn man das heute hört, dann denkt man natürlich gleich an den Browser von Google. Aber gerade im Browserbereich ist der Begriff Chrome schon länger üblich gewesen. Allerdings mehr so hinter den Kulissen, wurde immer unterschieden, also zum Beispiel auch bei Firefox oder früher auch sogar schon bei Netscape. Und ich glaube auch im Bereich des Internet Explorer war das üblich, dass man Unterschied zwischen dem Inhalt der Seite, was gerendert wird, und dem sogenannten Browser Chrome, also das, was der Browser selbst an Nutzungsschnittstelle bereitstellt. Oben die Leiste, wo die Adresse eingegeben werden kann, unten vielleicht eine Statusleiste, Menüs und sowas. Das nannte man Browser Chrome und die Definition, die hier steht, Chrome is the visual design elements that give users information about or commands to operate on the screen's content as opposed to being part of that content. Also genau die Unterscheidung zwischen Inhaltsbereich und zusätzlichem Bereich, wo die Kommandos drin sind. Da wird auch die Navigation drin sein oder beziehungsweise wir schaffen halt extra User Interface Bereiche, die Navigation sind. These design elements are provided by the underlying system, whether it be an operating system, a website or an application, and surround the user's data. Rechts bei dem Word, da sieht man das ganz schön. Was ist hier alles Chrome? Der Text natürlich nicht, das Blatt nicht, aber oben die Ribbons sind Chrome, unten die Fußleiste ist Chrome. Auch die Fenster-Controls, wo man das Fenster schließen und maximieren kann und so sind Chrome. Aber auch das hier eingeblendete Menü, dieses Pop-up-Menü, was hier mit der rechten Maustaste aufgerufen wurde oder durch Klicken auf Interessante, auch das ist Chrome, denn das ist ja nicht der eigentliche Inhalt der Seite, sondern es ist eine zusätzliche Nutzungsschnittstelle, die die Funktionalität des Programms verfügbar macht. Das kann man so sagen ist Chrome, eine zusätzliche Nutzungsschnittstelle zur Verfügbarmachung der Funktionalitäten des Programms. Unten links das Beispiel haben wir schon ein paar Mal gesehen oder zumindest ein sehr ähnliches. Da gibt es in der Standardansicht, wenn man den Text einfach nur so schreibt, fast gar keinen Chrome. Aber wenn ich etwas markiere, dann wird etwas eingeblendet und dann ist das halt der Chrome, diese eingeblendete Nutzungsschnittstelle an dieser Stelle. Das Verhältnis zwischen Inhalt und Chrome gilt es immer auszutarieren. Bei dem Word, denke ich, ist das ganz gut gelungen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel eine Software hätte, bei der hinterher drei Viertel des Bildschirms voll ist mit Icons für die Funktionalität der Software und der eigentliche Inhalt, der bearbeitet werden soll, wenn wir von so einer Software mal ausgehen, nimmt nur einen ganz kleinen Teil ein, nur noch das restliche Drittel, dann haben wir wahrscheinlich etwas falsch gemacht. Denn dann können wir ja eigentlich unsere eigentlichen Inhalte gar nicht mehr gut darstellen. Kommt ein bisschen darauf an, was für Inhalte das natürlich sind. Aber um diese Abgrenzung geht es hier. Also wir sprechen immer über Chrome. Wir sprechen immer über eine Zusatzschnittstelle zum Zweck der Navigation, wenn wir hier weiter über Navigationstechniken sprechen. Und wir müssen abgrenzen, wie ich gerade schon gesagt habe, das Navigieren von den beiden Begriffen Stöbern und Suchen. Was ist Stöbern und was ist Suchen? Das sind andere Techniken für andere Zwecke. Stöbern ist etwas, was man so vergleichen kann, tatsächlich auch mit Stöbern auf einem Jahrmarkt, auf einem Flohmarkt, auf Dachboden, wo man so von Höckschen auf Stöckschen kommt, ohne dass man jetzt vorher ein konkretes Ziel gehabt hätte. Stöbern heißt auf Englisch übrigens Browsing. Also was man mit einem Browser macht, ist üblicherweise Stöbern. Ihr kennt das Phänomen sicher von YouTube. Wahrscheinlich ist es auch euch schon mal so gegangen, dass ihr irgendwie angefangen habt, ein Video zu gucken und dann wurde euch irgendwo ein weiteres vorgeschlagen. Und dann habt ihr irgendwann auf die Uhr geguckt und habt festgestellt, ihr habt vielleicht den ganzen Abend damit verbracht, YouTube-Videos zu gucken. Da seid ihr so durch YouTube gestöbert, ziellos. Das heißt natürlich nicht, dass man überhaupt nichts im Kopf hatte dabei, aber es gibt zumindest keinen klar vorgezeichneten Plan, wenn man stöbern geht. Suchen ist eine Technik, bei der man innerhalb eines großen Korpus eine automatische Suchfunktion benutzt. Also man gibt irgendwie etwas ein und kriegt dann Ergebnisse sofort präsentiert. Die sind aber dann aus ihrer Struktur herausgerissen. Also wenn ihr bei Google zum Beispiel etwas sucht oder in einer anderen Suchmaschine etwas sucht, dann findet ihr Ergebnisse und könnt diese Ergebnisse direkt ansteuern, völlig unabhängig von der Struktur der Seite. Ihr müsst also nicht dieser Navigationsstruktur folgen. Das ist der Unterschied zwischen Suchen und Navigieren. Wir gehen jetzt hier über Navigationstechniken. Also wie schafft man es, ausgehend von einer Struktur, die irgendwie vorgegeben ist, zu den Inhalten, zu den Funktionalitäten zu kommen, die wir suchen. Das heißt, Navigationstechniken sind Techniken, um etwas zu finden, nicht um etwas zu suchen. Suchen ist eine andere Technik, die auf andere Art von Indizes aufsetzt. Das ist auch ein sehr spannendes Thema, aber nicht das Thema in dieser Vorlesung und vor allen Dingen nicht heute. Also rechts zum Beispiel seht ihr das Suchen. Ich habe hier was gesucht und kriege gleich ganz viele Ergebnisse aufgeliefert und die kann ich jetzt direkt verwenden, ohne dass ich irgendwie über E-Mail-Zusammenhänge, über den Kalenderzusammenhang gehen musste oder irgendwelche Ordner öffnen müsste, sondern ich habe einfach einen direkten Zugriff, eine Abkürzung. Suchen sind eigentlich immer Abkürzungstechniken. Die Grundlage für eine Navigation ist auch immer, ähnlich wie beim Suchen, aber es sind dann andere Strukturen, dass wir eine Struktur haben. Wir brauchen eine Art Index, aber auf jeden Fall eine irgendwie geartete Datenstruktur. Wir können es nicht haben, dass wir einfach beliebige Elemente irgendwo wirr verteilt haben und dann könnten wir bei einer Suche zum Beispiel einen Index bilden lassen, wo wir dann eine Art Volltextsuche machen. Wenn wir navigieren wollen, müssen diese Inhalte irgendwie einsortiert sein. Und das könnten ganz verschiedenste Strukturen sein. Üblich ist zum Beispiel, dass man lineare Strukturen hat, zum Beispiel in Zeitstrahl oder in einem Fließtext. Da ordnen wir ja dann nach Zeit oder beim Fließtext ordnen wir inhaltlich in der Reihenfolge an. Ob das semantisch eine sinnvolle Reihenfolge ist, ist eigentlich egal, aber trotzdem können wir in dem Text sagen, dieser Textteil ist nach dem anderen Textteil. Das ist gar kein Problem. Beliebt gerade unter Informatikern sind natürlich hierarchische Strukturen, Baumstrukturen, zum Beispiel das Dateisystem. Aber es gibt Unmengen an Baumstrukturen, die sind oft nicht so erkennbar, als Baumstrukturen, aber stecken häufig dahinter, wenn ich Navigation habe. Also diese ganz klassischen Menüstrukturen sind ja auch Baumstrukturen, wo ich einen Menüpunkt aufklappe, dann habe ich wieder einen Punkt, einen Unterpunkt, dann klappt wieder was auf. Das kann man als Baum darstellen und das ist auch als Baum, als Datenstruktur hinterlegt. Also Baumstrukturen sind wichtige Strukturen und Netzstrukturen sind natürlich auch möglich, wo wir Querverbindungen untereinander haben, wobei die bei uns jetzt für diese Navigationsstrukturen nur wirklich am Rande eine Rolle spielen. Häufig gibt es dann auch Kombinationen aus denen, das werden wir auch noch sehen. Wie entstehen diese Strukturen? Da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache eine rein syntaktische Struktur, einen syntaktischen Index. Das heißt, ich mache einen Index, der sich rein aus der Form der Elemente ergibt. Man kann sich das am besten vorstellen beim alphabetischen Index. Also wer alphabetisch nah beieinander steht, in einem Telefonbuch zum Beispiel, also dass ich als Winkelkämpfer und ein Herr Wittler zum Beispiel relativ nahe aneinander stehen im Telefonbuch, das hat keinen inhaltlichen Zusammenhang, sondern das ist ein rein syntaktischer Zusammenhang. Rein aufgrund dieser Struktur Alphabet, die arbiträr ist diese Reihenfolge, gibt es diesen Zusammenhang, diese Nähe. Inhaltlich hat das keine Nähe. Das ist syntaktisch. Zum Beispiel Jahreszahlensortierungen oder sowas sind auch syntaktische Strukturen. Ich kann also rein aufgrund eines Datums eine Sortierung machen. Wenn ich zum Beispiel auch Dateien nach Größe sortiere, all das sind syntaktische Sortierungen und syntaktische Strukturen, die dann entstehen. Wenn ich hingegen semantische Strukturen erstelle, dann geht es um die Inhalte. Semantik heißt ja Bedeutung und dann werden inhaltliche Zusammenhänge gruppiert. Und häufig habe ich irgendwie beides. Schaut euch mal rechts das Beispiel an, hier Kulturen der Antike. Es ist, wenn ihr oben mal guckt, dann seht ihr die alten Controls von Windows 3.11. Ist also was älter, aus der guten alten Zeit der Multimedia-CD-ROMs von Microsoft eine CD gewesen, wo man über die Antike was erfahren konnte. Und was seht ihr unten? Ihr seht da A, B, C, D, E, F, G. Und da konnte man dann entsprechende Auswahl machen. Das ist natürlich eine lineare syntaktische Struktur. Und F und G ist ausgewählt. Und das ist jetzt etwas irritierend, weil, wenn ihr jetzt mal guckt, dann steht da Rom und Ägypten. Aber F und G ist ja eigentlich ausgewählt. Das ist ja komisch. Ja, ihr müsst auf den kleinen roten Text da drunter gucken. Die fangen tatsächlich immer mit G an. Oder F, also Familienleben und Gefahren und Götterfamilie und Götter und Göttinnen. Da fängt es tatsächlich mit F und G immer an. Hier haben wir also eine rein syntaktische Auswahl an dieser Stelle. Wenn ihr jetzt mal unten auf dieses Fenster schaut, da seht ihr noch unten so Buttons, sehen ein bisschen aus wie Karten. Da steht so etwas drauf wie Führungen, Monumente und Mysterien, Menschen und Politik. Da sind wir eher im semantischen Bereich unterwegs, dass also Dinge zusammengefasst wurden, die einen gemeinsamen Zusammenhang haben, unabhängig davon, wie das Ganze sich syntaktisch ausmacht. Natürlich ist es so, wenn ich am Computer arbeite, dann kann eine Sortierung am Computer natürlich eigentlich immer nur nach formalen Gesichtspunkten passieren, denn der Computer kann das ja nicht interpretieren. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel viele Elemente haben und verwenden so eine Technik wie Tags, dann bauen wir die semantischen Zusammenhänge in eine Struktur ein, damit der Computer dann als nächstes auf rein syntaktische Art und Weise diese Sortierung machen kann. Aber wir würden dann trotzdem sagen, hier handelt es sich dann um eine semantische Struktur, denn ein Mensch hat draufgeguckt und hat zusätzlich nochmal so eine Struktur erstellt. Es sind nicht Strukturen, die irgendwie aus dem Ding schon hervorgehen und die einfach nur durch eine automatische Auswertung entstehen können. Die Grenzen können manchmal etwas fließend sein. Soviel an dieser Stelle schon für dieses Video als Einführung in das Thema Navigation mit der Grundlage, dass wir diese Abgrenzungen machen. Worum geht es denn eigentlich? Es geht nicht um Stöbern, es geht nicht um Suchen und wir brauchen immer einen Chrome. Wir wollen also immer eine eigene Nutzungsschnittstelle betrachten zum Zweck der Navigation und wir brauchen halt einen Index, der erzeugt werden kann, irgendeine Art semantisch oder syntaktisch und auf verschiedene Arten und Weisen, also entweder linear oder als Baum oder vernetzt. Im nächsten Video wollen wir uns dann Navigationstechniken anschauen und zwar Navigationstechniken zur Ausschnittswahl, das ist ein großer Bereich und später kommen wir dann noch zu Navigationstechniken auf Indexebene.